Der Wald ist deswegen für uns wichtig. Zum einen natürlich, weil wir den Rohstoff Holz gerne nutzen möchten und das auch schon seit Jahrtausenden tun. Zum anderen, weil der Wald uns einen positiven Effekt aufs Klima bringt. Nicht nur hinsichtlich des Klimawandels mit seiner Fähigkeit CO2 zu binden, sondern auch weil der Wald uns im Winter vor Kaltluftabfluss schützt. Im Sommer kühlt er seine Umgebungsluft dadurch, dass die Bäume Wasser verdunsten und er erfüllt Schutzfunktionen im Bereich Hochwasser, Lärmschutz, Lawinenschutz, Bodenerosionsschutz, die von bedeutender Wichtigkeit sind. Außerdem wollen wir natürlich gerne in den Wald und die Ruhe und die Erholung dort genießen. Das sind alles Gründe, warum der Wald uns wichtig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017